Jo Leute, herzlich willkommen, schön dass ihr da seid, grüße, grüße, so erstmal kurz was einstellen. Ich hoffe euch geht es allen gut. Ich hoffe ihr hattet einen schönen Tag, bei mir war es angenehm. Bei mir war es heute sehr angenehm und gestern haben wir noch richtig reingehustelt. Bis zum nächsten Mal. Schön noch bis 1800 hochgezockt. Ja, heute ist es drin. Heute ist es drin. Erstmal ein paar games zum einzocken und dann wird richtig rasiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt noch gerade das Pop-Up Penster raus und dann geht es los. Leider kann ich es immer erst mal mit dem Stream starten, deswegen dauert das immer einen kurzen Moment. So, das habe ich jetzt noch auf Twitch. Hey Dread, Digger, ich hoffe wirklich, dass du heute Platten gesagt hast, ich werde dich so chillen, dir die Haare auf den Kopf fallen. Vertrauen mir, motivieren bist du und gehst nicht mehr. Ja, Digger, du bist auch echt ein Motivator. Vielen, vielen Dank, Mann. So, Level 57, GS, so, okay, das haben wir alles eingestellt, top. Ja, Digger, du bist auch echt ein Motivator. Jo, geh mal noch, wie grüß dich, Bro. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin echt um, Digga, das hatte ich schon lange nicht mehr. Das weg, nice! Guck mal, die sind ganz nervös. Oh, Rasur, Digga, ich hab halt einfach gar nichts mehr. Einfach durchgecarried, Junge. Ja. Hm, der zeigt mir... Was ist das denn hier? Der wiederholt gerade die ganzen Follower der letzten Tage. Wartet mal gerade. Wartet mal gerade. Wartet mal gerade. Wartet mal gerade. Wie der Gun Lancer dir aus deinem Skill gezogen hatte. Ah ja, das habe ich gar nicht gesehen. So, nächstes Game. Das ist aber schon ein Unterschied. Hallo Danny, grüß dich, servus. Ich hoffe, dir geht es gut. Alles klar bei dir, Mann? What answer? Bei mir alles fit. Ich habe das Ding gemisst, aber der regt mich gerade richtig auf. Oh ja. Oh ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Loll, Alter, wie einfach vorbeischwinkt, Junge. Das war's für heute. Ich glaub, die Armen wissen gar nicht, was sie machen sollen, Digga. Das war's für heute. Oh, Doppelhit, schön. Schön dazwischen gesetzt. Wieder ein Doppelhit. Er weiß nicht, was er tun soll. Er weiß es einfach nicht. Der Arme tut mir richtig leid. Ich hab kein Mana mehr, Digga. Das ist ein Problem. Die wissen einfach nicht... Die tun mir richtig leid, Junge. Das ist ein Problem. 500.000 Schaden. Let's go, Chat. Wir sind on the road. Weiter geht's. Eins noch zum warm spielen und dann gucken wir mal, was geht. Pinkcher, grüß dich. Gute, mein Hübscher. Grüß dich. Küsschen geht raus. Ich hoffe, bei dir alles gut. Die haben mir ein bisschen leid getan, die zwei, drei, vier Leute. Herzlich willkommen, Leute. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Bald ist es soweit. Morgen ist einfach bergfest angesagt. Wir haben den Heiligen Mittwoch und dann kommt auch schon der Donnerstag. Dann ist wieder Ostern, Weihnachten und alles Geburtstag in Lost Ark zusammen, denn dann ist der Reset und irgendwann kommt dann mein persönlicher Geburtstag mit dem neuen Content. Ansonsten ist gerade Grinden angesagt. Ich bin im Moment bei 9 Millisilber, aber das wird so täglich eine Mille mehr und ein bisschen Gold noch grinden und ein bisschen was verticken, ein bisschen was einkaufen und immer rein da, rein da. Jetzt mache ich gerade ein paar Aufwärmspielchen, ja, ein bisschen um meine Skills zu refreshen, Alter, mein Mind auf PvP zu branden, weil ich habe eben die ganzen Dailies durchgezogen, damit ich heute schön PvP rein suchen kann. Ich bin im Moment von den Punkten her die Nummer 1 auf Aster. Ja, was aber jetzt nicht viel aussagt. Natürlich, wenn man mehr gewinnt, macht man mehr Punkte. Aber ansonsten, ähm, bin ich im Moment die Nummer 1. Können wir uns gleich mal angucken. Mit Abstand, weil ich natürlich auch sehr viel gewinne im Moment, ja. Schon mitbekommen, dass es morgen Wartung ist? Ach, ist jeden Tag Wartung. Ist mir langsam egal. Hauptsache, ich muss eh arbeiten, you know. Kommt doch nix. Oh, die Despair habe ich schön gecatcht, Junge. Der hat richtig gefressen. Mhm, der Bart weiß, was er tut. Starke Ulti, Bro. Jetzt bin ich dran. Wo? Wo kam der Schaden her, Alter? Oh, die haben mich rasiert, Jungs. Die haben mich rasiert. Jetzt kommt das große Comeback von Dread. Er hat ihn rausgelegt. Oh! Meine Reaction, Digga, die noch umzudrehen. Oh, jetzt kassierst du Booty. Nee, nee, nee. Nochmal tötet ihr mich nicht, Freunde, danach. Uh, das hat mir getan. Protect, protect. Hit, hit. Oh, alle drei drin. Ah, zwei waren immun. Ah, da ist das Comeback vom Player, Digga. Eat this, guys. Eat this. Double freeze, double freeze in, double freeze in. Oh, yeah, boys. Oh, yeah. Oh, yeah. Frack. Hit. Kill. Comeback three, comeback three. He's jumping, he's jumping. Back into the turn. Freeze out. Into the, into the, into the T3. Into the jump. Into the hit. Into the down. Into the freeze. Ah, 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 ah. Into the catch. No. No. Into the big hit. Into the freeze. Die verlieren da trotzdem. Ah, das hab ich dumm gemacht gerade. Ich mach ihn zu euch runter, Digga. Jetzt habt ihr freie Fahrt. Oh. Ihr macht halt auch echt wenig, ne? Ich muss euch das sagen. Gut, du hast jetzt eine schöne Ulti gemacht dafür. Du hast ihn wieder rausgeschickt, Partner. Strong. Ich hab kein Mana mehr. Wo viele Spieler hast du in diesem Trick? Don't do this with me, Bro. Hör mal auf zu spielen wegen Gang 2. Yo, Broken, du bist es, Alter. Junge, ich bin happy. Ich hab hier einfach plus 17 Helm, 2-Tab-GZ. Komm, eins noch zum Einspielen. Ne, ich bin nicht Platin, Alter. Ich hab's noch nicht geschafft. Aber gestern noch gut hochgespielt. Gestern noch gut hochgespielt. Ich mein, du warst ja lange da, ne? Moin, Dread. Bist du beim DLC von Outriders wieder am Set? Ja, Levelle, natürlich, Digga. Ich bin der World Slayer. Ich bin Outriders, Digga. Ja? Ich bin einfach der krasseste Pyro EU-West. Junge, du weißt doch. Ich bin einfach World Slayer. Natürlich. Hallo, Stefan. Grüß dich, mein bester Servus. Grüß dich. Mia, Moro, Eskenore. So, Leute, weiter geht's. Komm. Vier Games, vier Wins. Und dann bin ich eingespielt. Dann gehen wir ins Ranking, oder, Chad? Okay, Leute, let's go. Papa ist on range. Ich carry die Teams hier durch. Die freuen sich, wenn die diesen Dread hier beliesen, Digga. Ah, da ist schon wieder dieser Dread, Alter. Das ist ein guter Mann. Einfach komplett kontrolliert, Digga. Einfach alle drei kontrolliert. Ey, Jungs, jetzt werdet ihr aber böse ein bisschen. Die verlieren das, Alter. Die verlieren das. Junge, Junge, die verlieren das echt. Und der andere, der spielt so. Ey, Hühnchen geklaut, Digga. Oh, oh, oh. Die haben das einfach eins vor zwei verloren, Real Talk. Okay, wartet. Der scheint ein bisschen gut zu sein. Der meinte, der ist mal weg, hier. Ach, kommt schon. Oh, gegen 3 ist natürlich ein bisschen scheiße. Muss ich defensiv nehmen. Die kommen gegen den Despair, nicht klar. Nein, die sind richtig schlecht. Da sind die, die spielen quasi nicht gerade 15, gerade 60, haben jetzt angefangen, wahrscheinlich PvP zu spielen. Kann man jetzt keinen Vorwurf machen. Das passiert mal in den öffentlichen Games. Gotta kommen jetzt mal. Das passiert mal. Vielen, Baby. Nein, Frau, ich bin anyways. Nope. Oh, schade, jetzt habe ich beide noch gehittet. Nein, nein, das war nur... Jetzt gehen wir rein. Jetzt wird es ernst, Leute. So, wo ist er denn, der Brook? Oh, 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 komm, Digga, ich will, ich will miss. Broken, Wilmisch, Digga. Broken, Wilmisch, Alter. Broken will meinen Arsch, Digga, der will, der will hier oben hin, der will hier stehen. Aber ich sage nein, Bruder. Ha, Spaß. Brook ist, ähm, Brook ist Diamond. Der hat aber auch, man muss dazu sagen, erstens ist natürlich Brook ein extrem guter Spieler, aber Brook ist auch, ähm, Brook hat auch den Schattenliga lang in Russland gespielt. Ne, der kennt den halt schon gut. Wann, wann, zu C2, T3. Nein, das ist nicht, das ist nicht mein Brook. Das ist Broken, das hier ist mein Brook. Brook ist hier. Hier. Der ist im Moment zwölfter, der spielt aber auch im Moment nicht. Das ist Broken, der gerade im Chat ist. Hier die Nummer zwei. Broken, ich wünsche euch viel Glück bei deinen Games. Okay, los geht's. Das ist Ranked Game des Abends. Komm, das ist, das ist, das ist, das ist entscheidend. Ah. Not really, but it was, it was only my warm-up for rank now. It was only my three or four warm-up matches for rank, and now it's time to time to play the real shit. Fuck. Nein. 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 Och ne, was macht denn eigentlich der Dings die ganze Zeit? Oh man, der ist, der spielt so useless irgendwie gerade, aber egal, komm, noch nicht aufgeben, wir haben ne harte Burstphase. Oh man, der ist, der ist, der ist. Das muss ja kommen. Stark, ich spiele von mir. Oh, Stark 3! Und dann. Aaaaaah Aaaaaah Ja, der nennt mich Schnub, Digger Der Boy, Alter Hat einfach gefeated erst Fuck, Junge Der war so schlecht, Alter Guck, das ist dein Das war Platin Der war auch Platin Der Typ war scheiße Der Dings hat das Game verloren Der hat nicht im Team gespielt, Solo-Player halt Normal Ich hab, ich hab, ähm, ich hab okay gespielt War nicht schlecht Unser Premium war kacke Hallo Mito Du bist aber insane gut auf dem Sock geworden Ich bin, äh, tatsächlich Nicht so schlecht geworden, ja Jo, Neo Dankeschön für deinen Prime, Alter Zweiter Monat Let's fucking go, mein Bruder Noch einen Zap Dann haben wir wieder die 400 geknackt Oder warte, ich weiß nicht Wenn er jetzt hochzählt, Alter Vielen, vielen Dank für deinen Sub, Alter Vielen, vielen Dank, Mann Ehre, Ehre Broken Und danke dir für dein Follow Ach, an dem Game Kommt ich leider nichts zu machen, Alter Ich hätt's gern noch gedreht Äh, gut Und die Ulti Ich musste die setzen Ich musste die setzen, ne Die war halt Ihr müsst verstehen Ich hatte keine Also Normalerweise Nehme ich die gerne Auch Early Aber es war jetzt keine Es war jetzt keine Situation da Und dann behalte ich mir die für den Schluss So Und dann ist es halt so Und er schreibt halt Noob Ulti Der hatte halt aber gar keine Ahnung, ne Ich hatte noch 10 Sekunden Ich hatte keinen Flash mehr Ich hatte kein, äh Ich hatte kein Dings mehr Ich musste die auf den einsetzen Ne Und der war ja low Und er swept das Target, ne Der Dings und ich sind draufgegangen Dumm halt Wären die beide mit auf den Baden gegangen Hätten wir den Bowdown bekommen Aber nein Er swept halt drüber Der Typ hat allein das Spiel verloren Der Typ hat allein das Spiel verloren Nein, es sind noch 2 Subs, Leute 2 Subs Wenn auch jemand einen Prime hat Wenn jemand einen Gunn will, Digga Döner Donation oder Sub für 400 Stabile Leitung Ich danke euch Ich danke euch Brüder, Schwestern und Diverse Dass ihr immer da seid Jeden Abend mit mir Fast jeden Abend Wenn ich nicht irgendwelche Perversen, äh Diversen Pause mache Prime Poly, Alter Danke dir, Mann Thank you very much Danke dir Pech mit deinen Mates in der letzten Runde Hat mich voll erschrocken Gerade dich im Gegnerteam zu haben Hahaha Ja, konnte ich aber nichts Konnte ich nichts machen Das war 1 gegen 3 Da habt ihr einfach zu gut gespielt Servus und bitteschön Ich hab nichts Ich seh nichts Lossi, was ist los? Hast du gegönnt? Ah, nir Lossi, du musst scheren Halbdrain, chat Aber nicht Ey Mach keinen Faxen jetzt Du warst der Shadow Nice Ihr habt den Halbdrain getrackert An mir, dankeschön Nossi, du musst teilen, Digga Teil, teil Refresh and teile Ich seh nix Jetzt muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren Oh, das war wichtig Ich hab ihn gehint, Digga Der Scharfschutz Oh, das war wichtig Ah, nir Dankeschön für die Abo-Bombe, du verrückter Oh, der war auch wieder ganz schön Oh, ich hab ihn mit Double-Hit, Digga Ah, nir Boah, die haben bis jetzt eine Rasur bekommen. 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 Ich flipp aus. Jetzt kickt er noch raus. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Nein! Mann, was macht denn der Gunner, Digga? Ohne Witz. Oh Mann, Alter, ehrlich. Ich kann spielen, was ich will. Alter, Pata-Junge. Ey, wer hat Ania, Alter? Nee, der Gunner war gar nicht mal so kacke. Der hat das Game verloren. Der hat einfach voll reingefiedelt, Junge. Bisher, ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr mal Ranked spielen solltet, ne, Chat? Wenn ihr das mal... Äh, moin, kein Twitch mehr. Doch, natürlich, ich bin auf Twitch. Guck, einfach. Woktal, ich bin auf Twitch. Ähm. Wenn ihr mal Ranked spielen solltet, Leute, wird mir eingefallen. Ich möchte mich erstmal bei Ania bedanken für das Geschenk-Abo an Hirsch. An Golds97, vielen, vielen Dank. Ähm, an Gamer-Lobby, an Ania für die Abo-Bombe. Vielen, vielen Dank, Leute. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Leute, für euren Krankensupport. Heftig Ass-Fuck. Heftig Ass-Fuck. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, wenn ihr mal... Hi, Friend. Wenn ihr mal Ranked spielen solltet, spielt mit dem Team, auch wenn ihr Melee seid, ne? Auch wenn ihr Melee seid, spielt einfach mit dem Team. Versucht bei euren Mates zu bleiben. Das ist eins der wichtigsten Sachen überhaupt, ne? Es bringt halt nichts, wenn ihr seht, ich spiele 1v2 als Melee. Ne? Das bringt halt nichts. Ja, die Situation hat es jetzt halt nicht hergegeben an dieser Stelle. Ja, ich hätte vielleicht mit ihm gehen sollen, aber ich wollte auch den einen platt machen, ne? Und mit dem anderen spielen. Und, ähm, und das ist ein ganz entscheidender Faktor, der euch weiterbringt, als Team zu spielen. Darauf zu achten, was muss ich interrumpten mit meinem HCC? Was, ähm... Was machen die anderen gerade? Zum Beispiel, wenn ich sehe, wir spielen jetzt zum Beispiel... Wir sind jetzt in Überzahl, sag ich jetzt mal. Wir haben einen gekillt. Ähm, es ist jetzt gerade eine Überzahl-Situation, 3v2. Ne? Dann spiele ich zum Beispiel so, dass ich mich schon an den Eingang oder Richtung Eingang des Gegners platziere. Oder positioniere. Um dann zum Beispiel noch mit auf den, auf den, ähm, auf die 2 zu CCen. Also die 3v2-Überzahl zu spielen. Aber auch bereit zu sein, wenn der rauskommt, den schon wieder direkt unter Druck zu setzen. Under Pressure. Ja, und da müsst ihr, und da müsst ihr halt drauf aufpassen, ne? Und, und das ist das Wichtige, ne? Immer diesen, diesen gesamten Blick auf das Spiel zu haben. In der Arena. Das macht euch so viel besser. Die 2 Games, die ich jetzt verloren habe, davon konnte ich nichts machen. Ne? Die 2 Games, die wir jetzt verloren haben, das eine Game, was wir gewonnen haben, war überragend, ja? Und die anderen 2 Games, die wir jetzt verloren haben, da konnten wir einfach nichts dran machen. Da war halt entweder ein Feeder dabei oder einer, der halt halt komplett Waste gespielt, ja? Da kannst du nichts, da steckst du nicht drin am Ende des Tages. Ich meine, der Gunner hat den Freeplay, ne? Der hat einfach eine halbe Million Schaden machen müssen. Hm, das hat er schön gemacht. Das war meine Ulti, die war perfekt. Das war meine Ulti, das war meine Ulti, das war meine Ulti. Ah, das wird hart. Versch martialvolle武, das macht er also gemacht. Wichtiger Audrey, das Wie gut hast du das jetzt gespielt hier gerade Ja man, mach ihn doch weg Ja man, mach ihn doch Ja man, mach ihn doch Gut, gut, gut Gut, gut Boah, war das krass Boah, Alter War ein gutes Game, kann man nicht anders sagen War knapp Schönes Spiel Hat trotzdem Spaß gemacht Haben halt gewonnen, waren besser Ich hab letztens 15 oder 16 Waffe gewontabt und nächsten Tag dann 17 auch noch, aber jetzt hab ich mein Glück verlassen, zweimal Pity auf dem Kopf Oh Digga, ich kann noch Ich baller auch jedes, alles hoch Ich baller alles hoch Digga Falls ihr noch nicht gesehen habt, neuer Prime Loop für Lost Ark, oh, muss ich ihn mal abholen Ah hier Lost Ark, was gibt's denn leckeres Abholen Relikt, oh, Relikt Beziehungstruhe Nach gestern brauche ich das auch Da ist sie schon da Oh, ne Reliktruhe, das ist natürlich extrem geil, Leute Ja Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh nein Ich krieg's ab, ja, ich stand doch davor Och nee Warum hab ich Palaschild nicht bekommen? Ich krieg's ab, ja, ich scheiße Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, was machen die denn? Oh, Junge Er macht halt gar keinen Schaden, Digger, der Atti Oh Och, Digger, was machst du denn? Was spürt ihr? Digger, mach Schaden jetzt Mach Schaden, mach Schaden Das gibt's nicht, er geht noch drauf Der Bade, Digger Er hätte mal lange eingreifen können Alter, Vater Mach den platt Jetzt macht ihr drauf Schaden Ich flipp aus Och, ich flipp aus Junge, er hat so wenig gemacht ohne Witz Er hat das Ding verloren Guck mal, der Mage hat 393.000 Schaden gemacht Ich hab 365.000, wir waren Equal Und er hat das Ding einfach verloren, Digger Er hat einfach Scheiße gemacht Er hat einfach das Game verloren Digger, und ich hab den so oft So oft einem vor die Nase gelegt, ne? Ich hab die so oft gefreezt vor seiner Nase Für ihn, Alter, er konnte keinen Schaden rausbringen Ich konnte nicht beide Ich konnte nicht beide die ganze Zeit CC'n Der Dings, der auf ihn gegangen ist Und den Mage Ich muss ja mich für einen entscheiden Bade muss Druck machen Wir sind auf dem Mage Ach, wieder zurück, Digger Es gibt es nicht Es tut dem Herzen weh, Jett 301 Mokuke 7 Noch für das Masterpiece Dann erstmal 13k Gold gönnen Ja, das ist auch krass Ne, das ist so unglaublich viel Geld Den Bronze Bonze Den Bronze Bonze geht's gut Der hat die Dings bekommen Der hat die, äh Der hat das, äh Der die Special Quest bekommen Der geht jetzt in T2 Wenn ich mal Zeit habe Aber ich wollte ihn für ein neues YouTube Video nutzen Eigentlich Einfach eine Relic-Truhe, Alter Das ist schon ziemlich sick 14.000 Bald kann ich es mir kaufen, das Mount Bin ich einer der Ersten, der es hat, Junge Paladin-Schattenjäger-Lanzenträger Gegen Artillerist Was? Artillerist-Schattenjäger Ich habe mir ein Orga gegönnt Das Mount Fülle ich einfach null Geht ums Haben, Digga Ne, er meint es andersrum Er findet das Mount scheiße Sieht auch nicht so geil aus Muss ich dazu sagen Sind sieht auch nicht so geil aus flockst Gestank, entweder Ich bin jetzt hier. verliehen wir haus hoch ja Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oha, Alter, wir sind back im Game, wir sind back im Game Oh, das war richtig nice Digga, das haben wir noch geholt Nice Richtig geiles Game, Alter Da war es richtig important, dass meine Peels für den Artillerist kamen Und ich habe für den Shadowhunter gepeelt, als der in die Form ging Ne, darauf muss man natürlich auch achten Dass wenn ich sehe, okay, der Shadowhunter ist jetzt in der Form Der macht jetzt extrem viel Schaden Sofort mit dem Shadowhunter mit, Digga Und für den reinpeelen Stunnen, was geht an dieser Stelle, ne Für den, für den Teammate, Alter Für das Team Für die Gemeinschaft You know what I mean, guys Komm, Platin Gönnt Platin, Chat Danke für eure ganzen Subs, Alter Danke, dass ihr da seid Danke, YouTube Danke, Twitch Danke und euch alle Küsschen Ehre Okay, Schattenjäger Paladin Attila Scharschütze Das Schöne ist beim Deathblade Müssen wir darauf achten Wenn der Deathblade springt, ne Seine erste Dingset Dann ist er eigentlich schon ein Catch Wenn das halt geil kommt, ne Aber es wird halt ein extrem schweres Game Double Silber, Digga Das weißt du nie, wie es ausgeht Nein Geh Ja Gerag Oh ich Deine Ich 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 Schöne Die Ich Ich Nein Ich Du Ich 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 Was ist das? Oh, wie geil ich das wieder gemacht habe. Der Jahr ohne Witz. Schöne DeathFeld, okay. 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 Ah, Mann, Alter. Ja, was willst du noch reißen, Digga? Mit 170.000 Schaden und 400.000 Schaden taken Was willst du da spielen? Wow, Alter, echt, ey Das Matchmaking auch wieder, 1700 Ah, für den, 1775 Und dann, guck mal hier, Alter, ich weiß auch nicht, Digga Ich weiß dieses Matchmaking manchmal nicht Was hat er geschrieben? Was hat er geschrieben? Was hat er geschrieben, Brüder und Schwestern? Useless Sharpshooter, holy Okay Kann ich dir nicht ganz unrecht geben, den Boy, Digga? Kann man jetzt nicht sagen, dass der komplett wrong war Mit der Opinion, Alter What the fuck? Ehrlich, ey Scheiße, ey, da waren echt viele Mats Ach, Mann, ey Ah, der war nicht gut Er ist wieder in meinem Team Er ist wieder in meinem Team, Digga Oh, Mann, ey das Frau Nice. 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 Ich habe noch 1 HP mehr Damage gemacht. Ach man, mach doch was. Ach man, mach doch was. Das hat er nice gemacht. Ach man, mach doch. 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 oh man oh man oh man oh man oh man parlor mit 300.000 damage taken, warum? warum nicht einfach defensiv, alter? warum kriege ich solche Leute? chat warum heute abend, alter? man ey, warum geht der einfach rein für 300.000 schaden? castle, grüß dich warum macht der das? ich habe nicht einen defensiven peel von dem gesehen ach chat ey, das ist doch scheiße, ehrlich warum ist das immer, wenn ich live bin, alter? ne, gestern haben wir gewonnen ach man ey, verdammte kacke ich richte mich auf chat, was sollen wir machen dagegen? okay, mein anfang war schlecht meine ulti war auch nicht so geil endlich habe ich diese beiden trolle nicht mehr, junge zwei games mit dem verloren der macht auch zu wenig schaden, junge der ist nicht unter pressure, alter da muss mehr damage kommen von dem scharfschützen scharfschütze, alter auch so kacke, digga der hat auch gar keinen stress zwei supporter, digga schieß so einfach mein ulti war Mist, da habe ich dir recht warum warum mach ich das? wie ist das? wo ist das? hatック flops hast du Das war mein Ding. Aber es gibt ihn mir. Jetzt bin ich sauer, Digger. Jetzt mich ich auseinander. Ich bin noch nicht in die Bombe rein, Digger. Ich bin noch nicht in die Bombe rein. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Wo ist sie, der Späck? Wo ist sie, der Späck? Das war's. Ja! Der Catch, Junge! Der Catch war important auf die Deathblade, Digga! Nice, Junge! Ein Death Only! Ein Death Only, Junge! Entscheidend! Entscheidend in diesem Gameplay! Timo, grüß dich, mein Lieber! Boah, war das ein nicer Catch, Junge! Boah, der war so wichtig, Alter! Der war so wichtig! Boah, war das wichtig, Alter! Wir hätten eh nicht mehr verloren, aber trotzdem. Ich hab dir schon Hallo gesagt, Blind Frosty! Du hast eben Servus geschrieben! Sag ich dir nochmal Hallo! Servus, Blind Frosty! Servus, grüß dich! Hallo! Oh, ich hab dich schon gesehen! Oh, Leute, kommt, ey! Komm jetzt einmal einen Durchmarsch! Zehn Games, ey! Gönn doch einfach mal einen Durchmarsch! Doch, Mito Mio, hab ich wohl auch Hallo gesagt! Was? Das ist doch mal... Ich... Ey, was? Was? Ich sag jedem immer Hallo! Mito Mio, Mio, Alter! Ey, 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 ey! Das gibt's ja wohl nicht, ey! Hallo! Ja! Das war's für heute. Oh, ich nimm mir den Triple Kill, Digger. 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 Was ist das? ja mvp diesen wichtigen game media christlich let's go digger guck mal der silber blair flamet alter er flamet alter er hat einfach geflamet i'm the only one going in der arti are you boost blind ist ja dumm digger was sollten wir denn machen soll ich da rein springen und mich komplett rasieren lassen der silber player flamet alter flamet uns ein master und mich digger ich bin master niveau chat der platte match war gut hast du nicht gesehen wie ich den geholt habe digger zweimal hey ich fand ich habe besser gespielt als der meine ulti war besser als seine und meine ulti war extrem gut und ich habe ihn zweimal richtig krass gecatcht junge also ich fand ich habe wirklich besser gespielt als der platte match fand ich jetzt persönlich das ist aber meine meinung an dieser stelle ne schlecht war der nicht schlecht waren die alle nicht es war ein sehr gutes spiel schlecht waren die alle nicht das möchte ich hier nicht sagen an dieser stelle das war quatsch ich fand nur das flame von dem hier voll unsöhnlich i'm the only one going in der arti are you boost blind gg sprich mit master und mir digger ich war die ganze zeit digger ich war die ganze zeit am gucken dass ich intelligente freezes mache junge einmal bin ich so rüber gecharge habe beide genau gefreeze alter da kam der damage genau drauf er konnte die beiden finishen junge ich fand dieser move war so geil gespielt wo ich in die beiden rein wo ich war in die beiden rein geblinkt habe dann die freeze rechts runter gesetzt habe junge da da war atti und mage gefreezed es war mega sick gespielt alter komm weiter 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 leute wohnstags jetzt läuft so ist es wenn der azubi das maul aufmacht der azubi würd ich jetzt nicht sagen digger ich hab vor ich hab gestern auch noch silber wieder gespielt ich hab gestern auch silber gespielt wenn der azubi es war kannst du so nicht sagen digger weißt du nicht die haben auch nur ein pech alter so wie ich hatte auch die pech scrapper attelare schattenjäger gegen todesklinge zauberin bade gestern war ich auch noch silber digger wieder mal ich hab halbe saison in bronze verbracht aber man muss sagen ich spiele jetzt schon einen extrem ich finde ich spiele schon einen extrem guten mage mittlerweile man merkt dass ich gelernt habe chat ich hab gelernt lech ich finde ich machen ich bin ich bin Nein! Nein! Alle drei! Oh, der Bade ist gut. Der Bade gefällt mir. Der Ketsch, Digger. Made my day. Oh, Dredo, Digger! Nein, 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 nein! Ich liebe dich! Ich bin schon da! Ich bin schon da! Ich bin schon da! Ich bin schon da, über die Augen! Boah, Digga, ich spiel so gut. Ich spiel so gut. Ich bin der Lover. Junge, Alter. Wo kam der her? Nein, jetzt bitte nicht Throne, Alter. Ich kann nichts machen. Och nein, das war so dumm. Jetzt verlieren wir das noch, Chat. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Die Throne ist noch. Ich fass es nicht. Er ist Throne, Digga. Wie kann man das Game noch weggeben, Junge? Wie, 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 Alter? Er stirbt so dumm, Junge. Wir sind 3v2 unterzahlt und er springt wieder voll rein und spielt da hinten, Junge. Anstatt das 6-6 abzuwarten und dann wieder... Och, Digga, bitte, bitte, bitte. Hättest du nicht mal kurz warten können? Alter, dann hätte ich mir den doch treiben können, den Schattenjäger. Nein, er muss reinspringen, Digga, das 7-6. Warum? Weil er dem Low-HP hinterherlaufen will, Digga. Deswegen verlieren wir das Spiel, Alter. Boah, wie schlecht, Alter. Ehrlich. Und er denkt noch, er hat es nicht... Er hat es... Er denkt noch, er hat es gerissen, Junge, weil er Maus Damage war. Aber er hat gar nichts gerissen. Er hat das ganze Spiel verloren. Er hat gar nichts gerissen, Digga, gar nichts. Damit hast du alles kaputt gemacht. Damit hast du deine Arbeit von 5 Minuten komplett zerstört, Bruder. Du hast einfach mit dieser Aktion, Alter, alles, was du vorher vielleicht andersweise gut gemacht hast, Digga, hast du einfach komplett, komplett in den Klo runtergespielt, Digga, und nochmal einen richtig fetten Haufen draufgeschissen, Digga. So hast du das gemacht, Alter. Puh. Puh. Alter, wie kann man das so machen, ey? Er hätte doch einfach mal warten können. Dann hätten wir 6 zu 6 gespielt. Ich wäre da hingegangen, Alter. Jetzt... Ich... Der war doch weg. Dann hätten wir einfach 3 vor 2 gespielt, Alter. Bis er gekommen wäre, der hätte sich ihn weggemacht. Über Range. What the fuck, Bruder? Ach, Alter, wie ein Brot. Ehrlich. Bernd, das Brot war das, Digga. Junge, Junge, Junge. Und er meint noch, er wäre ein Top-Damage-Shieler, Alter. Du warst gar nichts, Digga. Was ist hier los? Platin, 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 Platin. Komplette Platin-Lobby. Ich bin drin. I'm stayin' all of my tiptoe. Young man with an all mine, so I ain't worried about slice shit. I'm stayin' till the sunroughs, stayin' out on my night shit. I got a bottle of Purver, the bundle of honey's, I'm GE, I'm flexin' the beat. Figured I hit it and quit it. I'm busy, I ain't got a minute for texting it, bitch. Pay from the gutter, we'll be my brother, I'm bootin' my fucking right out of the trouve. Kissar was starting a little rough. I'm kissin' to the veces side of your teeth. Er trifft die nicht, er trifft die nicht. Alles gut. Oh Mann. Nicht jetzt eins. Nicht jetzt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wisst ihr was? Ich hatte noch nicht mehr Ulti raus. Junge, war der Kill geil, Alter. War der Kill geil, Chat. Platin Lobby, ich bin drin. Ich bin Platin Liga, Digga. Ich spiel Platin Elo. Save. Ihr habt es gerade gesehen. Das war voll Platin Lobby. Kann ich locker mitspielen. Nee, ich hab keine Ulti rausgeballert. Nee, ich hab keine Ulti rausgeballert. Wir gucken gleich nochmal. Ich hab den Clip. Chat, full Platin Lobby, ich bin drin. Ich hab keine Ulti rausgeballert. Ich wollte die erst safen, als es ganz gut aussah. Dann dachte ich mir, okay, da ist wenig Bewegung drin. Ich hab einen kleinen Fehler gemacht. Als er im Turm war, bin ich weg von ihm, weil ich dachte, er killt den. Die Ulti wurde gezogen. Wann hab ich sie gezogen? Ich mein, ich hätte sie nicht... Wann hab ich sie gezogen, dann? Ich kann mich noch nicht mehr erinnern. Stimmt. Stimmt. Jetzt weiß ich die Situation wieder. Genau. Mittendrin. Oben rechts hab ich sie gezogen. Ich hab sie gezogen. Oben rechts. Stimmt. War knapp von Tupen. Ja. Sauber, Timo. Genau. Genau, genau. Oben rechts hab ich sie gezogen. Ich erinnere mich wieder. Ihr habt recht. Das war schon, Digga. Ja, ja. Let's go. Ich weiß wieder. Ihr habt absolut... Chat super. Ihr habt sehr auf... Sehr aufmerksam euer Spielverfolge. Eins plus. . Nika! Ich muss ein bisschen aufpassen wegen dem Scharfschützen. Nein, in die Pala-Ulti, ich wusste es. Fuck, in die Pala-Ulti, scheiße. Spreng, spreng, spreng! Save mich! Mach ihn! Spreng, spreng! Spreng, spreng! Spreng, spreng! Spreng, spreng! Spreng! Spreng, spreng! Spreng, spreng! Spreng, spreng! Boah, den selbst, Junge. Wer ist gestorben? Ach, Mann. Wer ist gestorben? Der Parler hat die, äh, der Parler hat saustark gespielt am Ende. Der Parler hat am Ende saustark gespielt, der hat ihn zweimal gesaved. Ich hätte von ihm weg. Ich fand ihn erst nicht so stark, den Parler, aber am Ende, am Ende war scheiße. Ich hätte einmal weiterblinken müssen, um den Damage anzusetzen. Der Parler kam von hinten, ich habe ihn nicht gesehen. Er hat mich hochgehoben, wo ich gerade den Damage ansetzen wollte. Weil ich dachte, ich muss den Damage jetzt schnell rausbringen. Das war scheiße. Das war ein bisschen dumm. Der Parler hat es echt gut gemacht am Ende, muss ich wirklich sagen. Muss ich wirklich sagen. Seine Ulti war auch nice. In meine Ulti. Ich habe es gerade gesehen, Digga. Er geht hoch, Digga, und ich drücke den Knopf. Junge. Trotzdem war die Ulti nicht so bad. Weil da haben wir eigentlich Pressure gehabt. Wir haben zwei gekillt, aber danach war es da irgendwie scheiße. Es war equal, es hätte auch anders ausgehen können. Ein, zwei andere Situationen, es hätte anders ausgehen können. Ich fand mein Play gegen den Parler im Mid-Game gar nicht so schlecht. Wir haben halt am Ende verloren, Digga. Parler einfach größer war da am Ende des Tages. Retalk. Gott sei Dank werden die Schilder genervt im PvP-Re. Hallo, Malf. Mal eine andere Frage. Was macht ihr Argos-Blut, wenn ihr schon fünf Teile in Schmuckstücke eintauschen? In der Stadt, Timo. Was macht ihr Argos-Blut? Was macht ihr Argos-Blut? Was macht ihr Argos-Blut? Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Come on. Come on. Ich hab kein Mana mehr. 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 Ich hab kein Mana mehr gehabt, Junge. Ich hab kein Mana mehr. 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 Wir müssen Druck auf einen Mage machen. Ach man... Wo ist er? Wo ist er? Kein Defensivpiel, Alter. Ich fasse es nicht. Digger. Ich habe Vollpressure, Alter. Und sie kriegen ihn nicht down. Lauf dem Low-HP hinterher. Ich habe nicht einen P von dir gesehen, Bruder. Da ist er. Die sind so dumm. Ich spiele 20, 40 Ich habe nicht einmal ein gutes Schild gesehen, Junge Und dann Alter, anstatt es in 1 AP zu gehen, Digger Wollen die den da hinten ficken, Junge Ich bin groß, Junge Ich sage nicht, dass ich ihn nicht hätte catchen können, Alter Aber trotzdem Das Game hat mich einfach komplett mitgemacht, Alter Mit Och, Mann Wie kann das sein, Digger So, meine Herren, ich muss schlafen 5 Uhr ist die Nacht vorbei Schlaf gut, Timo Viel Erfolg Piss auf YouTube Ein Bild von Platin, okay Ja, mach ich Wenn ich da sein sollte Der Wink gehört dir Nee, war nicht so, Alter Siehst du Ficken, Digger Ficken ist das Ähm, sorry Das ist ein Verkehr Schon wieder der Parler, Digger Vielleicht habe ich auch zu Na, komm Abschreiben das Game Neues Game Abschreiben das Game Neues Game Ich habe auch nicht gut gespielt Muss ich dazu sagen Ich habe auch Scheiße gebaut Komm Digga, es lag an dir Es lag nicht an den anderen Es lag an mir Ich hätte einfach besser spielen müssen Abschütteln 1 5 6 Nein, 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 nein. Digga, bleib doch mal bitte bei uns Oh, hat er den gerettet, Digga Oh, das war schön Ich komme nicht rein Ich kann nichts machen Ich komme nicht rein Ich komme nicht rein Ich komme nicht rein Ich komme nicht rein Aladin Jetzt kommt die Ulti, Digga Ach, was ein Mist Ich komme nicht rein Ich komme nicht rein Er hatte so viele Möglichkeiten, die Demon Hunter Ulti mal früher zu bringen, um dann viel öfter in der Form zu spielen Er hat die Demon Hunter Ulti gar nicht genommen, Digga, die ganze Zeit nicht Es bleibt mir verwehrt Es bleibt mir einfach verwehrt, Digga, es bleibt mir einfach verwehrt, Junge, es bleibt mir verwehrt Er hätte die Demon Hunter Ulti Er hätte die Demon Hunter Ulti doch früher bringen können, mal Da war noch Genusssituationen, wo sie alle drei nebeneinander standen Das hätte das komplette Game gehen können Mit einer richtig geilen Demon Hunter Ulti, Digga Er kann viel öfter in die Form gehen Zwei Mal in der ganzen Arena, Digga Oh, Dankeschön, Blood Ach, aber Digga, ey, weißt du, das nervt mich trotzdem Oder sehe ich das falsch mit der Habe ich das jetzt falsch gesehen mit der Ulti da Mit der Shadow Ulti Der hätte ja komplett in den Sand gesetzt, Digga Und damit lädt er doch seine, äh, 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 Spezialität, äh, ähm, Identity auf, oder nicht? Ist derselbe, ne? Das Spiel geht los, Digga Ichecke nosotros, Digga Also, Digga Weißt du, Digga Best trophies And Aus dit Đ Sch Mot Mot L Wie dumm da noch reinzuspringen. 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 Was? Der ging noch raus. Bitte nicht strahlen jetzt. Gut. Oh, das habe ich so nice gemacht. Nein, 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 nein. Nein. Gott sei Dank, Junge. Gott sei Dank, Junge. Der hat einfach drei Games in der Nacht verloren. Aber ich finde ihn auch nicht gut. Der hat mir auch zwei Games verloren. Ich weiß nicht. Ich fand seine Ultis echt spät eben auch. Wie heißt die Playlist im Hintergrund? Das ist meine Playlist auf Epidemic Sound. Die habe ich zusammengestellt, Bro. Die kann ich dir gar nicht sagen, Juni. Juni. Das sind so verschiedene Songs, Alter. Ich habe ja einmal, wenn ich auf YouTube auch streame, habe ich ja diese Playlist. Damit das nicht die ganze Zeit stumm ist. Das ist alles, weißt du? Weil Spotify wird mir halt direkt DMCA. Yo, Broki, mein Bruder, Alter. Was geht? Attela Rispada. Weiter Chat, weiter, komm. Let's go to Platin. Ja, passiert jedem. Kann man Gaspar öfter am Tag machen? Picknick-Körbe? Oder kriegt man Event nur einmal am Tag? Ich weiß gar nicht. Wie oft kann man Halbtrain am Tag auslösen? Alle zwei Stunden. Was ist mit dir denn los, Gamerlobby, Alter? Gönnerlobby. Hör doch mal auf, Gamer, Bro. Ich meine, ey, Digga, die sind gute Kollegen geworden, ey. Okay, warte, ich muss kurz gucken. Oh, shit, Alter. Der Demon. Wenn das nicht geil gespielt war von mir gerade. Der Turn. Und das hier richtig schlecht. Hä? Der Demon. Ich hab ihn nicht gesehen. Oh, nein. Oh, nein. Oh nein! Ah, fuck it Hallo Boah, das war doch eigentlich viel Damage Jetzt mach! Boah, war das geil gespielt, digga Boah, wie gut Da waren richtig kranke Plays dabei gerade, digga Boah, war das geil gespielt, digga Das war geil, Junge Das war geil, da waren richtig schöne Dinger dabei Da waren richtig schöne Plays dabei, digga Da waren noch ein, zwei Pays dabei, aber da waren überwiegend richtig schöne Dinger dabei Ähm... Ähm... Wir können gleich einen Hartmann machen, wenn du willst Lass mich aber gerade, ich bin gerade im Flow, digga Ich spüre gerade, ich bin halt gut drauf gerade Ich muss gerade den Push durch, ich muss einfach Ich spüre es jetzt, jetzt kommt der, jetzt kommt der Durchbruch Der Platin-Durchbruch, digga Jetzt muss er kommen, ey, er muss jetzt langsam mal kommen Ich halte mich die ganze Zeit hier, irgendwann muss auch mal wieder drei, vier Games nach oben gehen, digga Der Durchbruch kommt gleich, der Durchbruch kommt gleich Ich bin gut drauf, ich bin gut drauf, ich bin gut drauf Und warum? Was ist denn hier los? Och, was ist das denn für ein Wichs-Game? Och, was ist das denn, ey? Ja Ja Wir gehen Paus Bist Du compiled oh sie Was ist von Bluten 我們 ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 die ulti fand ich geil gespielt boah war das geil okay 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 Digga, ich spiele ein Hammer Game Echt? I'm a game digger I'm a game digger Hammer game, Junge 400.000 Schaden Heels waren on point chat Hammer game Hammer game 400.000 Schaden Nur 171.000 Richtig, richtig nice, Junge Richtig nice Und der hat auch gut Schaden gemacht Alter, war das geil Boah, das war Das war übel, Digga Also meinen Aufpack War ein super Game Gameplay on top, Digga Blanner, mir geht's sehr gut Danke der Nachfrage Ich hoffe, dir geht's auch gut Ich hoffe, du hast eine angenehme Woche bis jetzt gehabt Ich hoffe, dir geht's gut Ich hoffe, der Sack ist leer, Digga Dann hast du alles richtig gemacht Sehr nice Boah, Leute Was für ein Shit Ich hätte kommen Durchbruch zu Platin Muss jetzt mal kommen Gönn Gönn mir noch einmal gute Teammates Komm Chat, ich hoffe, ihr seid zufrieden Mit dem Gameplay, Digga Heute Ich finde sehr Also ich finde, ihr seht hier sehr gutes Mageplay Moment Also ich habe fast noch kein Game verkackt Heute Abend Vielleicht ein oder anderen Move, Alter Ein oder andere Ulti Auf jeden Fall Aber das passiert Aber, ey Sonst, Alter Boah, gerade, Junge Da habe ich auch wieder so viel gehittet, Junge Chris, grüß dich, Mann Och, bitte nicht Och, das war so schlecht gerade Aber noch nichts verloren Warum hat er nicht Fries Ich verliere gegen den Deathblade, Alter Ich habe nicht aufgepasst Ah, mein Scheißabtag Oh, mein Scheißabtag Oh, mein Scheißabtag Nein Nein Och, Digi Och, Mann Ich treffe nichts Och, Gris Och, ich verliere das Spiel Schlechtestes Spiel von mir bis jetzt Ich habe noch nicht Ich werde nicht Ich werde nicht Ah. schlecht das habe ich verloren das war ein schlechtes Spiel am heutigen Abend das war dumm von mir ach der war schlecht das regt mich auf das war dumm ich hätte mit dem Dings mehr peelen sollen viel zu sehr getunnelt nicht gut gespielt wie hast du dein Buch der Koalition verteilt 745290 ganz genau nevio kommt auch mal vor ja ja das ist einfach gewesen das Game war einfach im Gegensatz zu den anderen Games deswegen regt es mich auf das Game war einfach zu einfach und ich habe einfach nicht fokussiert gespielt ich habe einfach nicht fokussiert gespielt an dieser Stelle deswegen regt es mich auf weil es nicht schwer war es war ein einfaches Spiel oh der Schatten hier ist stark der Pasker ist gut mage oh come to return now Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah! Ah! Oh, shit. 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 Ach, Mann, Alter. Da hab ich gar nicht mal so kacke am Anfang gemacht. Da hab ich gar nicht mal so kacke am Anfang. Da hab ich gar nicht mal so kacke am Anfang. Nein! 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 Da hab ich gar nicht mal so kacke am Anfang. Da hab ich gar nicht mal so kacke am Anfang. Jetzt macht er die Ulti. Ich fass es nicht. Warum nicht eine Sekunde früher, Bro? Nein! Nein! Ja! 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 Ah, ich fand jetzt meinen Play Gar nicht mal so kacke, Digga Außer am Anfang die eine Aktion, wo der mich gecatcht hat Fand ich's gar nicht so scheiße Für die Elo, Digga, Platin Diamond, Alter, auf jeden Fall Easy drin Gamer, Dankeschön für 200 Bits Verrückter Kuchen, Digga Vielen, vielen Dank, Junge Harakirix, Dankeschön auch für deinen Follow, herzlich willkommen, Junge, vielen, vielen Dank für die ganzen Abonnements, Leute, vielen Dank für die ganzen Bits, ihr seid Wahnsinn, Leute 408 Subs, ihr habt wieder reingeschallert, Junge Richtig nice, richtig nice und dann geht's und dann geht's Jetzt musst du, jetzt musst du carryn, alter Mensch. Okay, komm, das krieg ich hin. Nein, was für ein Drecks-Ulti. Wo bleiben die denn, statt die machen ein bisschen Druck? Ah, ist egal, ist egal, weiter, weiter. Passiert, passiert. Was für eine Schmutz-Ulti. Egal, nehmt deine Ulti, war auch Schmutz. Zwei Schmutz. Meine Ulti war richtig Schmutz. Richtiges Failplay, Digga. Ah, ich muss das halt... Mega. Was, schau, mit wem du hier spielst, ne? Hört doch mal auf. Was machen die denn? Hä, woran sind die denn? Das verreckt. Was macht der Baby, Digga? Bitte mach jetzt keine Scheiße, alter. Das gibt's nicht. Nein, wo kommt der denn her? Oh, hat der Strong gespielt. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, nein. ablabla. Ich hab halt die Gang-Typ-Präsidenten mit Spital 3, Degang. Digga, er hat den Match immer noch in die Stadt bekommen, ne? Er läuft bestimmt eine halbe Stunde hinterher. Ich weiß nicht, was die da spielen, also ganz ehrlich, das war ja richtig crap. Nice ulti. Jetzt zieht er alles. Was ist mit den Death Plates heute los, Chat? Erklär mir das mal. Haben die irgendwas gepressen, Junge? Der ist schon der dritte, der am Ende die Ulti zieht, um dann erst in Form zu gehen. Was ist los? Bin ich irgendwie in einem falschen Film oder was? Junge, der Match war so free, Alter. Anstatt mal ein bisschen Pressure drauf zu machen, Alter. Ja, ich konnte gar nichts machen, gar nichts. Hat er aber gut gespielt, muss ich sagen. Hat er schön gespielt. Hat Paris-Kneiss-Aktion gemacht, der gegnerische Match. War der beste Gegend, den ich heute Abend gespielt habe, muss ich wirklich sagen. War sehr gut. Sehr guter Gegner. Respekt. Shadow Hunter, Demon Hunter, mir scheißegal, Alter. Richtig Schmutz. Boah, der ist so abgestiegen. Ey, dieser Raspu, ne? Der war, der war Mitte Goldshed. Ohne Witz, Alter. Der war, dieser Raspu, dieser Paladin, Digga, der war 1770 oder so. Als ich ihn heute das erste Mal gesehen habe, da habe ich zwei Games mit ihm verloren. Digga, der ist, der ist auf dem absteigenden Asser, Bruder. Hier, der. Vielleicht fängt er sich, aber jetzt nicht. Nicht gegen mich fangen, Bruder. Lass mal stecken jetzt. Fang dich jetzt nicht. Jetzt ist keine Zeit, um dich zu fangen. Sie können save mich, bitte. Er ist ein bisschen sauer auf mich, glaube ich. Schmutz. Okay. 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 Mann. Was ist das denn jetzt? Was hat der denn jetzt gemacht? Ich hab das ganze Game doch kontrolliert gehabt, Digga. Was machen die denn jetzt? Wie können die das throwen, Alter? Och, Mann, ey. Ehrlich jetzt mal. Bitte, Leute, bitte. Och, ihr macht gar nichts. Ihr macht gar nichts. Guck mal, ich stehe mit zwei Mann da. Mach doch was. Mach doch. Das war's für heute. Die Tunneln komplett, meine Leute. 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 Wie? Okay. Vielen Dank. Okay. Was ist das? 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 Oh, ich hab nice gespielt, Digga Von 1800 wieder runter auf 1700, Digga Ich konnte nicht mehr machen für die ohne Witz Obwohl wir sogar overall mehr Schaden gemacht haben, ne? Hallo, Ille T-PVP-Grind, Digga Ach nee, ich will nicht runter, Junge, das gibt's doch gar nicht, ich hab einfach 100 Punkte verloren, Alter Und ich hab wirklich richtig kranke games gespielt, ne? Bis zum nächsten Mal, im recognize... Ja, ich hab das mal... Ach, schade, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Eigentlich war ich richtig... Eigentlich waren wir richtig gut unterwegs heute, Chat. Ich dachte, heute kommt der Durchbruch auf Platin. Safe, Alter. Wir waren 1800 wieder. Schön wieder hochgepumpt, Junge. Und dann sowas. Ja, danke, du Arschlauch. Blatt, Alter. Guck mal, er geht richtig rein. Oh, ich dachte, den treffe ich so. Oh, was spiele ich auch für eine Ulti? Schlechter ist fuck, Digga. Ich glaube, ich bin mad. Ich muss jetzt auffahren. Oh. Oh, ja, 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 ja. Drino. GG. Das war mein eigenes Ding. Das habe ich verloren. Das war mein eigenes Ding. Das habe ich verloren. Das war mein eigenes Ding. Das war's für ein K-Boid, das war's. Das war's für heute. 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 Also einmal machen und am nächsten Tag kannst du ihn sofort wieder abschließen. Ich kann's dir gleich zeigen, wie das aussieht. Nee, ich hab's dir schon alle gemacht. Ich hab's dir schon alle gemacht. Ich hab's dir schon alle gemacht. Boah, was ist das für ein Schmutzgame hier wieder? Och Mann Boah Nein, da kommt der gerade raus Ach komm schon Hallo Ach komm schon 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 Ich dachte, die gehen da rein Ach komm schon Ach komm schon Ach komm schon Doch es liebt richtig gut, Alter Es liebt richtig gut Geile Games gehabt Gegen Master Gegen Diamond, Alter Gegen Platin Alles gezockt, Digga Und dann wieder so eine Scheiße Ach Mann, ey Das sind aber auch, das sind auch komplett andere Games, Junge Das sind einfach komplett andere Games Du zockst Diamond, Platinobi, Alter Das ist einfach ein komplett anderes Game als das hier, Lilunus Ich sag dir, das ist einfach ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, Junge Du kannst du nicht mehr Du kannst dich auf nichts verlassen Du kannst dich auf nichts verlassen, nichts, nichts, nichts Der Piston-Lanzer, Alter Schreibt mir eben Ich soll nicht laufen Ja, was soll ich denn machen gegen drei Millis, Alter Soll ich aber stehen bleiben, Digga Er sagt, ich soll nicht laufen, Digga So, der Stream Dankeschön für deinen Ich glaub, du hast ein Abo gemacht Du musst refreshen und das teilen Sonst seh ich das nicht So, der Stream Danke dir Was soll ich machen gegen drei Millis, Alter Er sagt, laufen, schweck Ich steh neben ihm, die Deathblade, Alter Er macht gar nichts, Junge Zweimal Ich shank dir jetzt Guck, guck, guck Oh, du, 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 du Bitte, bitte, bitte. Das habe ich heute schon dreimal gesehen. Ich catch sie beide, Digga. Beide. Was ist mit ihm? Kuso. Ja, ich weiß nicht. Digga. Oh, was für ein Game-Macher, Alter. Ich hab ihn für dich gefreezt. Da. Da, bei dem Freeze. Guck dir das an, was ich spiele, Digga. Ich spiele einfach ein anderes Level als die. Retalk jetzt. Das ist jetzt keine Akkusilität, Digga. Aber das ist einfach ein anderes Level vom Gameplay. Hier gehöre ich einfach nicht hin in die Elo. Ja? Das ist aber Wahnsinn, Alter. Okay, ich kann es nicht hin. Das ist einfach ein, was du hier hast. Oh, oh. Ich bin jetzt. Das war's für mich. Säte ich, was ich bin jetzt in Sachen, die ich nicht beschleunigt. Ich bin jetzt. Aber ich bin jetzt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh ne, bin ich eine Sekunde zu früh rein. Oh ne, bin ich eine Sekunde. Oh ne, bin ich eine Sekunde. Ich bin eine andere Level, Alter. doch, Alter. Ich kann nicht mehr. Ohne Witz. Dieses Game macht mich komplett weg, Junge, was PvP angeht. Ohne Witz. Was für eine Wichs-Scheiße, Alter. Ohne Witz. Meine Fresse, Junge. Ohne Scheiße, ey. Oh mein Gott, Alter. Ich dachte, die wären alle Silber, Junge. Die sind doch anders levelt. What the fuck ist das denn, bitte? Alles gut, muss ich unbedingt sehen. Ich danke dir, Mann. So, der Stream. Ich danke dir. Vielen Dank für deinen Sub, Mann. 409 Subs. Dankeschön, Leute. Danke für euren Support, Mann. Ihr habt Leute wieder richtig gegönnt. Brüder, Schwestern und andere diverse. Richtig nice, Alter. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank für euren Support. Kuss geht's. Oh, Alter. What the fuck? Ich darf, ich muss... Ich verwende in letzter Zeit zu viel Federn. Achso, Argos. Stimmt, Argos haben wir gemacht. Mit Twink. Ich bin einfach wieder Silber. Ich bin einfach... Ich war on the road zu Platin, Digga, und bin einfach wieder Silber gedroht, Junge. Ich war halt in der Goldlobby, Digga, 100... 600,4 Std. Schaden. Dann gibt's ja neue Federn. Nicht, dass ich hier out of stock gehe. Boah, drei Legendäre? Boah, die sind aber wichtig. Boah, die sind aber wichtig hier. Ich habe auch noch 470. Ja, ich habe aber Angst, Digga. Du weißt ja, was noch kommt. Darf man nicht unterschätzen, Ilonius. Danke dir, Blatt. Hau rein, schlaf gut, ja? Echt, hast du keine Rätsel? Ich weiß nicht, ich gucke immer bei San... Ich weiß nicht, Sanpone oder wie der heißt. Gucke ich immer diese Clown-Rates, Alter. Die sind richtig krank. Einfach 20 Minuten Full Pressure, Digga. Ja. Die Ulti war übel. Die Ulti war nice, Digga. Ein paar anderes Level wieder. Oh. Ich krieg ihn nicht. Jetzt. Ich krieg ihn nicht. Schade, dass er mich da rausgekriegt hat. Aber wie schön ich die... Oh, dieser Peel, Digga. Dieser Peel, Junge. Ah, fast gehittet. Let's do it. Uh. So, das klingt halt ausgegeben. 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 So, das klingt nicht super. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, Mann, Digger. Ja, geil, Alter. Mann, ey, wo seid ihr denn? Das hat doch so nice angefangen, Alter. Ja. 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 nur Katzen. Och, Dread, alter. Och, komm. Och, komm. Och, Dread, alter. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oder habe ich jetzt falsch gesagt? Da steht Adrenalin 3, oder nicht? Ich hatte heute nämlich noch geguckt, weil ich wollte umbauen. Boah, Digga. Boah. Alter. Sorry. Die Seite muss ich direkt rausnehmen, Junge. Die wird nicht supportet. Digga, wer guckt denn da, ey? Uff, Alter. Boah, die Ulti-Fields aber auch. Nein. 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 Digga, der hat noch Full-HP. Oh, shit, die beide. Wie schön war das denn gerade. Der Bart ist geil. Der Bart hat super gespielt bis jetzt. Der gefällt mir. Ja, ich glaube, ich glaube, ich komme. Ja, ich glaube, ich komme. Boah, ich muss mir ein bisschen... Boah. Boah, Junge, der Bade wieder spielt, alter. Der ist übertrieben krass. Der Bade ist einfach amazing, ist fuck. Wenn der Dings mal bei mir bleiben würde, wäre es noch cooler. Bade ist einfach, wenn der Dings mal bei mir geht. Boah! 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 Glee! Boah! Boah! Ich glaube, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Also ich spiele Reflux 3 äh, Reflux 3 präziser Deutsch Reflux 3 auf Masterstärkst und teile Totalangriff Hast du mal probiert, auf der Puppe, ob du mit Adrenalin nicht besser fährst? Weil so wie ich das verstehe, ist es wichtig, dass du halt echt auf Krit ist, ne? Ja, und so kannst du 3-3 einspielen, genau, das macht am meisten Sinn Also so wie Lunius gesagt hat, macht es am meisten Sinn Rückfluss, Zünder, Meisterschlags oder Crutch Genau So macht es am meisten Sinn Aber ich spiele auf 1450 Crypt und 440 Flinkheit Wie ist denn das da? So, und jetzt erklärt mir das mal Wie funktioniert das denn jetzt mit dem Set? Hat das mal einer herausgefunden? Weil hier zeigen die ja Abendröte Was ist, wie funktioniert das mit dem Set Das wurde schon ein paar Mal gefragt, ey, keiner hat es bis jetzt gecheckt Ich glaube, keiner hat es mir gesagt Ich glaube, ich habe den kompletten Damage an ihn gefahren Meine Mates einfach gar nicht Guck mal, 169.000 Damage habe ich gemacht Ja, ich komme mit Ich habe den 見inigend Ja, ich habe ihn Genau Ich habe ihn wie Das ist Ich habe ihn Das war's für heute. Oh. 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 Digga. Oh. Nein. Nein! Ah, schade. Hallo, Sophia. Hi. Wie geht's dir? Ah, komm. Wir haben in Gold angefangen. Wir haben in Gold angefangen. Wir beenden erstmal in Gold. Ich gehe mal gerade mit Broke Hardmode einmal. Hab ich schon gemacht, Peter? Ja, klar. Rater-Meldung immer im Discord, Bro. P3, P1, P2. Zwei P3-Gruppen waren. Zwei P3-Gruppen, Bro. Selbst schuld. Bis bald gekickt. Zwei P3-Gruppen waren. Zwei P3-Gruppen sind mit uns C fulfillment. Vielen Dank. Will noch einer mit? Wie kann ich denn normal einladen? Wie kann ich denn normal einladen? Ich weiß das nie. Wie kann ich denn Leute normal in Gruppe einladen? Ja, über Gilde geht nicht. Ich bin Trinkgilde. Wie kann ich denn normal normale Leute einladen? Ich mach das nie. Außer bei Freunde. Einmal muss ich... Einmal hab ich das, glaub ich, gemacht, aber ich hab's vergessen, wie's geht. Weiß das keiner? Ist du das hier? Terrasion, wo bist du denn? Ist du das hier? Gut, so geht's auch. Ach ja, Invite. Über Chat geht, ne? Ja, danke dir, Bro. Wer will noch mit? Hard Mode. Dope. Hard Mode. Einfach Hard Mode. Beide. Ist egal. Wir brauchen keinen Heal unbedingt. Brauchen nicht unbedingt Support. Möchtest du auch jemanden mit, oder nicht? Bist du auch jemanden mit, oder nicht? Bist du auch jemanden mit, oder nicht? Ja, okay. Ja? Wie immer halt, ja. Ich meine auch. Hast du mit Arbeit? Ja, ja. Von zu Hause oder in der Firma? In der Firma. Hat für Dailies gereicht. Ich würde eigentlich ein Boot verschicken. Aber ich dachte, das geht zu nehmen mit mir. Ich muss da mal die Nummer raus holen. Warte mal gerade, Bruder. Das war Mittagspause, ja? Was haben wir denn noch bekommen? Mensch. Was haben wir denn noch? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hallo Paratux! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hab gar keine Ulti, ey Oh! 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 Ich habe einen Graven bekommen, Goldmuss. Ja, welches? Oh, besser geht es nicht super, nichts wert. Nee? Nee. Ich habe nichts bekommen. Ja, das ist wert, ich glaube es ist ein Spiel wert. Na, 300 Gold. GG. Das war der Sork eigentlich. Kiste immer aufmachen. Ja, ja, direkt weiter. Ich bin Lee, äh, du bist Lee. Brokli. Du bist jetzt auf Veganos verkauft. Du hast Veganos verkauft? Naja. Wie viel? Ein. Ein Run 150, zwei 250. Ich habe vier Runs verkauft. Wofür? Für 1000 Gold, Digga? Ja, die lohnen sich. Ich habe für 1000 Gold gewalt. Das ist gut nur. Gut. ений. Ap勇fen, mein即undenек und piedไป. Wofür? Ja, das wir müssen auch argos verkaufen verkaufen einen platz verkaufen ich weiß nicht ob ich das mit euch machen kann ich habe gesagt vielleicht schon ganz viele vier leute hast sie mit guten gears haben dann kannst du sie verkaufen pro platz macht 5.000 ja 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 lass mal red pass aufwählen dann lass uns zwei machen 10.000 auch schon mal was aber meins da kommen die dann rein nicht dass wir da ewig schreiben müssen am anfang machen am donnerstag bei 5k rennen die die bude ein haben schon für sieben bis acht verkauft jetzt alles hat hat wird auch wenn sie richtig kann schaden und alleine haben Mann. Mit dein Dings. Ey, was war? Was hat ein Mistklick? gut ja und bei der anderen Seite kannst du auch extrem viel verkaufen ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 3 kriegen wir auf jeden Fall durch. Ich meine, die machen ja nicht nichts. Das Problem ist bei Phase 3. Was ist denn, wenn die Sonne nicht einsammelt oder sowas vier Stück ist schon hart? Müsste noch mit einem Char normal gehen. Müsste nur noch mal, noch mal hart vorgehen. Nee, hart mod hab ich gehabt, ne. Nee, du machst P3, machen die gar nichts. Das ist nur P2. Eigentlich können die die ganze Zeit gar nichts machen. Die können im Endeffekt stehen, die einfach nur auf K stehen bleiben. P3 bleiben die in der Base. Die können auch schweiben. Also normal muss keiner mehr machen. Hast du gar keinen Char mehr für normal? Nein. Striche. Die können auch schwe possible sein. Die können auch schweben. Die können auch schweben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Oh Ich hab mir auch hatte die Overwatch 2 mal angeguckt Ist das releasen worden? Nee, ist ja die Beta, aber es ist halt 1 zu 1 das gleiche wie Overwatch 1 Ich versteh nicht, wie man da jemals dazu Overwatch 2 sagen kann Das ist absolute Frechheit Soll das nicht eigentlich ein Story-Game sein? Ja, ist ein bisschen PvE dabei, aber der PvP hat ein Teil davon, weswegen ja die meisten das Spiel spielen, ist absolut dasselbe Es ist einfach Overwatch 1 mit ein paar kleinen Patches Veränderungen, also es ist im Endeffekt nur ein großer Patch Und du musst dafür, es ist zwar kostenlos, aber du musst ja trotzdem Geld bezahlen, weil du brauchst die Overwatch 1 um das spielen zu können Also musst du die Overwatch 1 kaufen um Overwatch 2 spielen zu können Ich war damals so hyped drauf und dann hab ich mich... Ich hab so viel die Beta gespielt, beziehungsweise den Anfang wo es noch keinen Rank gab Und dann war ich Burned Out und hatte kein Bock mehr über das Game Und dann war ich Burned Out und hatte kein Bock mehr über das Game Vielen Dank mein Bruder Genau Donnerstag Na der Nacht Ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das siehst du immer erst, wenn zwei was gemacht haben Also musst du immer Bits nach einem Sub machen, Bro Musst immer Bits nach einem Sub machen, mein Bruder Ich probiere mal ein bisschen meine Halbbenkel Jetzt findet ihr die automatisch Hast du gesehen, dass die das erlauben wollen, dass man als Partner bei Twitch auch auf YouTube Ja, ja, hab ich gehört Dafür meine 50-50 Ratio Ja, ist gut Das weiß man nicht, ob man das hofft für 50-50, aber Ja, ist sowieso nicht so 60-40 vielleicht Ist egal Du machst eh nicht die Kohle damit Machen die eh nur, deswegen, weil gerade voll viele auf YouTube wechseln wollen Ja, ja Wie gesagt, damit machst du sowieso nicht die Kohle Also die Großen nicht Für kleine Streamer ist das super Also für kleine Streamer ist das cool Wenn man den einen oder anderen Euro über Twitch bekommt durch euren Support Aber ich sag mal, die Großen, die machen ja das Geld über die Werbung, Digga Ja Die verdienen ja richtig viel Geld mit Werbung Ja, wenn du 3.000 Satz, dann kriegst du auch Geld Ja 3.000 Satz, aber das ist so wenig Guck mal, ich war unter den Top 100 Verdienst in Deutschland In dem Jahr, wo das Links geleakt worden ist Ich Na gut Ich hab ja auch gute Support Gute Support, Leute Kann man sich nicht beschweren Gibt eh nicht so viele große deutsche Streamer Die wirklich vieles Let's ich habe ja auch Ah 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 Ach nee Fuck, ich bin alleine Ich bin alleine Das ist schon cool. Das war's für heute. Das ist so krass, wenn du alle Effekte anhast von den Gruppenmitgliedern. Das ist halt einfach gar nichts. 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 Das ist halt gar nichts. Das ist halt einfach 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 gar nichts. Das ist halt gar nichts. Das ist halt einfach gar nichts. Das ist halt 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 gar nicht. Genau. Das ist halt gar nichts. Ei, ei, ei. Schlecht. Boah. Du bist dein. Du bist so geil, Digga. Ich küss dein Herz, Junge. Ich liebe dich, Alter. Don Manderas, grüße dich. Danke dir. So, jetzt mal konzentriert. Jetzt spiele ich das Ding mal sauber. Ohne Palava. Ohne Palava. Ok, jetzt spiele ich das Ding mal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. Das gibt's auch nicht, Digger. Ich bin auch kein guter Lernsmaster, sag ich nicht. Die wissen nicht, was sie zu tun haben. Oh. Die wollen wohl angeblich, die wollen wohl angeblich von jedem einen männlichen Charm machen. Also es soll wohl noch... Aber das dauert noch echt lange, ja. Die wollen auch das Lückencap erhöhen auf 70 irgendwann. Und noch eine Tripod-Reihe reinmachen. In unserem Content-Landträger, ey, mittelmäßig ist es potenziell, weil wir in Korea mehr mitgeschränkt waren, weiter sind, als wir... Ja, das dauert noch ein bisschen. Vielleicht darf ich... Ja, komm, ey, gib Gas, Nero. Warum geben die auf? Sind die dumm? Sind die dumm? Mann. Warum gibt man den auf? Och Diggi Wie kann man denn aufgeben Guck mal, drei Lensmaster Nicht verarschen, Alter Du only hit me when you fucked up Love drunk, cause you realize all I wanted was you If I'm not a side, then you got me But you know I'm falling through the right time I'm singing what you want I got that what you want Tell me what you want I'll give you what you want I got that what you want I'll give you life But you know I'm falling through the right time She said a nigga on her wrist, wrist, wrist Got me feeling like I'm big, wrist, wrist, wrist She on my last level in the words Like they tell me you hit me Drop that shit you know you burn Can I leave my glasses on I wanna see that shit with crystals And we fucking smoky niggas We tucked up in the hills We're secluded in my feelings Tell me can you keep your trip Hold it still for a living And I been fucking with you Just my motor roller flippin' If it's real just drop the pin I'm on my way them tires drippin' You went 10 over the limit The way you move no line Mal kurz nimm' einen Moment warten Jetzt Bitte ist jetzt Jetzt geh mir rein I know I've been on your nerves Till I splurged Paying juice and curse You was popping all that shit Now you outside of them words For the birds Yeah Feel like we go together Let's not force it This might sound sort of for her But I swear I only hit you When I want something Fucked up Till you realize All I wanted was you You only hit me When you fucked up Love drunk Cause you realize All I wanted was you I only hit you When I want something Fucked up Till you realize I wanted was you Fucked up All I wanted was you Cause you realize All I want it You'režo ok Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 der Südbän Release war auch so useless, Alter Ah, man kriegt schon so ein Mischiel wenn man die Questline macht Ja, Gratentext Ja, auch Mats kriegst du viele Ja, das ja, aber danach ist halt nicht mehr viel Naja, weil die Hälfte ja fehlt Kommt alles jetzt erst Ja, das ist halt nicht mehr Nein, ich Idiot Hier, ey, bei dem Scheiß Ich drück den immer und dann bleib ich den in der Animation stecken Ohne Witz Das ist mir beim Clown eben auch passiert Ja, das ist mir beim Clown eben auch passiert Ja, das ist mir beim Clown eben auch passiert Ich hab dich da ganzes Das war's. 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 Gut, 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 gut. Das war's. 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 Och ne, genau dann bin ich da. Ja, 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 ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Das Einzige, was sie zum Vipen bringen könnte, genau das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der hat die einfach sterben lassen. Heißkalter boy. Einfach kein Bock mehr gab. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war aber ein nicer Move, Digga. Mit dem Schwert da rein zu jumpen, Junge. Damit habe ich die beide rausgeholt, Digga. Und habe noch den DPS gefahren an dem. So, ziemlich cool. Also ich kaufe immer nur drei Kisten, bekomme immer nur Silber. Aber das ist scheiße. Wobei Silber ist auch gut. So, den nächsten Dungeon machen wir morgen. Morgen. Ich muss leider morgen arbeiten, Leute. Hey, vielen Dank für eure ganzen Abos. Vielen Dank für euren Support. Ich wünsche euch eine gute Nacht, ja. Wahrscheinlich sehen wir uns morgen wieder. Haltet die Ohren steif. Es war mir eine Freude. Sehr nette Leute, die ihr heute kennengelernt. Und natürlich meine Treuen. Haltet die Ohren steif, ja. Ja, ich wünsche euch viel Spaß morgen. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Morgen ist die Maske drin.